Hi Leute, heute machen wir, ich habe es strenge Burpees genannt. Hinten raus fehlt der Sprung, wir belassen ein bisschen die Wadenmuskulatur. Wir achten halt darauf, dass wir die Kniebeuge gleich ordentlich mit ausführen. Das heißt, es steht halt mindestens Hüftball bei der Geschichte, geht runter in die Kniebeuge und lasst euch jetzt hier nach vorne draufkippen auf die Hände. Dann das ganz normale Abhocken hinlegen, beziehungsweise Brustbürger den Boden. Und ihr kommt wieder hoch und hockt jetzt in die Kniebeuge, richtig ordentlich rein. Sitzt unten, kommt hoch und einmal Waden heben. Also runter, nach vorne auf die Hände abhocken, wieder ordentlich in die Kniebeuge reinspringen, dass die Fersen unten sind, dass ihr ordentlich unten seid. Kommt hoch und einmal Waden heben. Verstanden? Ganz, ganz wichtig. Immer in die tiefe Kniebeuge gehen bei der ganzen Schicht. Ich zeige es dir auch noch an der Seite. Also tiefe Kniebeuge, Fersen bleiben unten, dann kippt ihr erst rauf, dann hockt ihr ab, den Liegestütz kommt hoch. Wieder ordentlich in die Kniebeuge hocken, ihr seid unten, Fersen sind am Boden, kommt hoch und einmal Waden heben. 10 bis 20 Durchgänge. Die Cracks können auch 50 machen, also nicht Durchgänge, sondern Wiederholungen. Dann macht ihr eine Minute Pause und hier könnt ihr so viel Serien machen, wie ihr gerne möchtet. Sportfrei, Haltet durch, bis gleich, seid stark.